Daniele kam Melody schon näher als die anderen Männer am Camp. Soll ich? Daniele und ich haben schon seit ganz vielen Jahren was miteinander, also sorry. Vielleicht will er ihre Gefühle nicht verletzen oder vielleicht haben sie es auch vorher abgesprochen, weil es eine unangenehme Situation jetzt hier ist. Du hattest schon mal einen Dreier. Die ist ein Brüte. Ich hatte schon mal eine Gruppe mit zwanzig. Baby, du bist ein Gott! Ich liebe dich, Baby! Wie auch! Guys! Wir sehen uns auf der anderen Seite! Daniele hat seinen Teil der Gewinnsumme gerettet. Und trotzdem stürzt die Challenge ihn in ein Problem. Ist alles in Ordnung mit ihm? Lebt er? Ich habe diese Frage halt, als ich schon mal mehr gehabt hätte mit Melody, habe ich ja mit Nein beantwortet, weil ich ja eben wusste, dass ich das meinem Schatzi niemals gesagt hatte. Beide haben so aus der Pistole Nein gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass die vorher darüber geredet haben. Es gab da mal einen Vorfall, das ist ein paar Jahre zurück. Aber dadurch, dass es halt eben jetzt dann hier angesprochen wurde und sonst was, habe ich mir gesagt, komm, bevor es am Schluss noch eskaliert oder sonst wer, oder vielleicht auch, man weiß ja nie, die Melody hinrennt und sowas sagt, mache ich es lieber selber. Daniele kam Melody schon näher als die anderen Männer am Camp. Daniele kam Melody schon näher als die anderen Männer am Camp. Daniele, Melody, Melody, Melody! Ist alles in Ordnung? Bleibt ja? Ich hab mal eine Haul-Party. Du würdest deinen Körper bezahlen, wenn die Kohle stöhnt. Bevor die uns gleich ansprechen.